Servus, Morsche. Und ich hab da auch Schnee geschickt am Wochenende, forschbar, gell? Ich hab Kiegel gehabt, am Samstag war mal ein großer Umzug und da war es ja endlich dann auch trocken nach dem ersten Regen. Aber dann am Sonntag der große Schnee nochmal, forschbar. Aber für den Umzug, Kerl, mir klappt gar nicht, was in so Haus alles nahe geht. Oha! Aber ich hätte auch nie geglaubt, dass ich so viele liebe Menschen um mich rum hab, die mich so unterstützen. Das war ganz große Klasse. Danke, echt wahr. Also Freunde sind mit Gold nicht aufzuwischen. Das ist echt, echt, echt wahr. Ja, ihr werdet mich die nächste paar Wochen nicht hören. Ich muss in die Reha. Vergesst mich nicht, gell? Das ist halt so, ich muss mich da ein bisschen auf die Reha konzentrieren. Ich vergesse euch auch nicht, ich komme auch wieder. An der Stelle wünsche ich euch eine schöne Woche. Passt schön auf. Lasst die Wienerreife noch ein bisschen drauf. Man weiß es nicht, gell? Und jetzt an der Stelle für die Woche und für die nächste Woche ein kleiner Witz. Kommt ein Mann in die Zoohandlung. Sagt er, ich hätte gern zwölf Ratte, 23 Spinnen, 31 Kaker Lager, 36 Keller Asin und eine Handvoll Silberfisch. Der Verkäufer wundert sich und fragt, ach, sagen Sie mal, was wollen Sie dann mit so einer Mischung? Sagt der Kunde, ach ja, ich ziehe nächste Woche um. Meine Familie hat gesagt, ich soll die Wohnung so hinterlassen, wie ich sie bei einem so vorgefunden habe. Also ihr Lieben, passt auf euch auf. Ich liebe euch. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschö.